Das Nebel war das modernste Kino in der Großregion. Das ist ein Kino mit dem Komfort und der Qualität von der Projektion großgeschrieben. Das ist der größte Platz zwischen den Reihen. Das sind die breitsten Sitze. Es gibt Kopfstütze. Es gibt gerade an die Mäste. Ich finde das alles gut gesagt. Es gibt ein großes Ekran. Der größte Ekran hat 25 Meter. Das ist aber auch ein Kino, das heute am 11. Plaza integriert ist. Hier profitiert man vom Parking. Das ist die Möglichkeit. Es gibt ein Führungskino, etwas zu trinken im Kino. Es gibt mittlerweile acht Restaurants und Brasserien, die hier im Sitz sind. Das ist auch ein Platz für mich, wie ich in meinem Kino gemäht bin. Wir präsentieren im Publikum ein ganzes Partie-Ewenement. In der Form von der Avantpremiere, für Ladies'Night, für Buddies'Night. Die sind für die Männer reserviert. Wir haben auch eine spezielle Säance für Kuppler, wie zum Beispiel CineKiss. Ich arbeite schon seit 24 Jahren für die Gruppe Karamba. Seit zwei Jahren existiert die CineBallwahl. Sie machen eine CineBallwahl. Und wir versuchen diese Equip, manchmal so flotte originelle Eventen zu organisieren. Giverin bringt seine Ideen. Hier haben wir auch so flotte Überraschungsséance. Das sind Sneak-Innen, wo die Leute nicht wissen, welche Filme das ist. Aber wir machen auch viel für die Kanne. Während der Schöl-Vakanz organisieren wir Atelien für die Kanne Animation. Das ist, da kommen wir mal Atelien und Facepaintingen. Wir versuchen für Giverin etwas Flottes zu machen. Das ist ein Platz, wo andere Sachen geschehen. Wir machen auch Retransmissionen zum Beispiel für Sport-Ewenementen. Zum Beispiel am 3D. Retransmissionen für Kanzer. Wir hatten zum Beispiel Kanzer für Fanta Feier. Gewisse Ginas auch am 3D. Wir machen auch Fußball-Ginas. Wir machen auch eine Retransmission von Opern. Kanzer für Kanzer für Kanzer. Kanzer für Kanzer für Kanzer. Kanzer für Kanzer für Kanzer für Kanzer für Kanzer. Kanzer für Kanzer für Kanzer für Kanzer für Kanzer für Kanzer. Das sind meine Jungs, die reingeflohen von der Insel. Wir haben einen Flieger gelogen. Komm, lass uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen. Und keiner ist allein. Und dann die Hände zum Himmel. Komm, lass uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen. Wir sind heute das erste Mal nach Luxemburg gekommen. Wir waren noch nie hier. Und es war so, wie wir es uns vorgestellt haben. Eine Riesenstraße, links und rechts nur Banken. Und am Ende ein wahnsinnig geniales Einkaufszentrum. Mit dem besten Kino, das wir hier gesehen haben. Das ist in der Bellwarn. Also das Atmosphäre, das neue Kino, riesen Leinwand. Es ist Hollywood. Hollywood hier in Bellwarn. Auch dieser Retro-Style des Kinos. Also bei mir 5000 plus Punkte. Besser, gemütlicher, schöner. Kann man es, glaube ich, nicht machen. Hallo, mein Name ist Nicola Lemoyne. Ich beschäftige mich über die Programmierung des Cinemas Caramba seit 2008. Mein Arbeit bedeutet, auf den besten Momenten zu programmieren. Die besten Filme, einfach. Bei Caramba, habe ich wirklich gefunden. Eine Sache, die ich sehr, sehr lange recherchiert habe, war die Priorität in der Umgebung. Das ist wirklich eine Osmose zwischen den verschiedenen Sektoren. Das ist wirklich sehr gut. Hallo, ich bin der Fritz. Ich bin der Fritz. Ich arbeite kann immer aufs 50 Sekunden. Ich bin der Fritz. Ich bin der Fritz. Ich bin der Fritz. Ich habe einen kleinen Flugzeug, und sanft mich sehr auf dem kleinenels Ohr. mit einer kleinen Kino, wie auch auf den cine. Ich mache meine Projektion, und ich habe immer eine interessante Team, mit dem die Kollegen möchte, für unseren Programmation adaptieren. Hallo, ich bin Yannick, ich bin 36 Jahre alt. Ich beschäftige mich bei der Projektion in Cine Belleval. Ich bin hier seit dem Jahr 2008. Mein Beruf ist zu beschäftigen mich von allen Ebenen und der Projektion. Grâce an meine Filmatographie, ich habe gute Erfahrungen in Technik. Das hat mir auch geholfen, meine Erfahrungen zu entwickeln und zu profitieren von der Technik von Belleval. Hallo, mein Name ist Jan Wienkowski. Ich kenne mich wahrscheinlich schon von der Zwischenzeit nicht. Wir sind hier im Kino gelandet, schon relativ lang. Schon über zwei Jahre, schon im dritten Jahr. Das ist schwer zu beschreiben, was ich so mache. Kommunikation, Marketing, ja. Kommunikation, erst Kino, erst Kommunikation. Ich kommuniziere hier mit allem, was man machen. Ob man die Leute Popcorn an den Käse zerwehren, oder eine Filmweise, oder eine Wende auf den Stellen, wo man den Saal voll ist, oder wo man den Saal bierelt. Das ist immer Kommunikation. Es ist wichtig, nicht mehr über den Film zu kommunizieren. Ja, woher hört alles da drunter an? Es ist wichtig, an der Kommunikation fein zu sein mit den Leuten. Ich meine, dass das auch von den Geheimnissen, nicht mehr an der Äquipe hier, dass die Leute sich gegenseitig respektieren, dass man froh ist mit den Leuten. Also klar, wenn die einigen kommen. Und das mache ich dann, in dem Moment, wo sie hier im Kino sind, so flott wie Menschlich zu gestalten, an all seinen Facetten. Mehr komfortabel. Mehr agréable. Mehr Kino. Zinni Berwahl. Zinni Berwahl.